Was ist los an den Märkten? Was können sie, was können sie nicht? Bis jetzt sieht es ja eigentlich nicht so schlecht aus, wenn wir hier beim Nasdaq gucken. Der gefällt mir super. Also machen wir gleich das positive Bild. Der Nasdaq, der gefällt mir per se erstmal sehr gut, denn wir sehen, dass wir hier im 15-Minuten-Chart eine wunderschöne Geschichte haben, die, egal wie man es sieht jetzt, aber auf jeden Fall erstmal ziemlich stark nach oben unterwegs ist. Das Witzige ist, das passt eigentlich wunderschön auch zu den Zinsmärkten. Wir haben ganz häufig schon gehört, Markus Fugmann hat ja schon ganz viel Beitrag dazu eben geleistet, nämlich den Hinweis auf Zinsmärkte und die Aktienmärkte. Insbesondere, wenn es darum geht, steigende Zinsen sind nicht so toll für die Tech-Titel. Warum? Das sind die Growth-Titel, die besonders empfindlich auf Zinsänderungen eben reagieren. So, jetzt habe ich hier in diesem Chart mal die 10-jährigen US-Treasury-Notes genommen. Das ist quasi der Zinsmarkt und zwar der Kurs. Vorsichtig, der Kurs. Nicht der Zins, sondern der Kurs. Wichtig ist zu verstehen, geht das Ding nach oben, sinken die Zinsen. Zinsen werden immer gleich bezahlt, aber wenn ich mehr dafür hinlegen muss, um diese Zinsen zu bekommen, ist natürlich die Zinsrendite auf meine Einlage oder auf meinen Kauf nicht mehr so groß. Das heißt, steigende Kurse bedeuten hier sinkende Zinserträge und das wiederum ist ja nicht so schlecht für den Tech-Titelmarkt, wie wir gehört haben. Und tatsächlich scheint sich das wieder zu bestätigen. Aktuell sind wir in der Aufwärtsbewegung. Ich muss gestehen, hier aber auf Tagesbasis so richtig den Burner als Bullenmarkt finde ich das noch nicht. Den Teil finde ich eigentlich ganz gut. Das ist einer Korrektur würdig. Über den vorderen Teil, da kann man sich vielleicht noch wundern. Speisen wir das mal wohlwollend als einen möglichen Leading Diagonal. Das ist so eine sehr zögerliche Anfangsbewegung ab. Lassen wir es mal so stehen im Raum. Aber was zumindest mal auffällt hier im Stundenchart, 4-Stundenchart oder Intraday noch kleiner, das hier ist noch eine richtig schöne 1, 2, 3, 4, 5 oder egal wie ihr seht, aber auf jeden Fall nicht korrektiv. Im Gegenteil, wenn der Kurs jetzt sogar das macht, kann man auch das handeln. Also Tipp für all diejenigen, die das Besondere suchen, vielleicht habt ihr noch nichts für den Geburtstag eures Liebsten oder eurer Liebsten. Dann habt ihr hier eine Idee, was man noch kaufen kann. Einfach die Korrektur abwarten, um dann hier dann nochmal einzusteigen. Ist ein ganz normaler Trade, so wie wir normalerweise auch traden. Also Schub hoch, A, B, C, runter, dann einfach die Trendfortsetzung. Das ist ein Klassiker und wäre hier ebenfalls gut. Zumal diese Bewegung hier, ich treffe sie nicht so genau, aber ihr wisst, was ich meine, eben sehr stark nach oben geht. Das ist allerdings nicht nur aus dieser Sicht nicht so uninteressant, sondern ja auch nochmal im Hinblick auf die Aktienmärkte. In dem Fall eben den Nasdaq, den Techie-Markt und vielleicht das auch der Grund, warum dieser hier im Moment am entspanntesten tatsächlich ist, was die Aufwärtsseite angeht. Nichtsdestotrotz, ein Rücksetzer würde mich jetzt auch nicht wundern erst nochmal. Allerdings, alles, was so in diesem Rahmen bliebe, muss nicht sein, aber was in diesem Rahmen bleibt, ist sowieso kein kritisches Zeichen. Dann sind wir immer noch in der bullischen Richtung und das wäre halt einfach mal so ein kleines Päuschen mittendrin. Das sieht nicht ganz so toll bei den Standardwertetiteln aus, denn da ist es eher so ein wenig so eine Seitwärtsphase, wo der Markt nicht so richtig hier in die Puschen kommt. Und wenn wir auf den Dow Jones gucken, das ist auch nicht großartig anders. Also auch das ist hier so ein bisschen eingeschlafen. Ihr seht, ich habe hier mal ein Szenario. Das ist jetzt noch nicht, dass ihr sagt, Mensch, der Rüdiger, der hat auch gesagt, das passiert jetzt genau so. Und zwar ganz genau, wie ich es gezeichnet habe. Ja, nee, das ist natürlich Quatsch, das ist nur eine Möglichkeit, eine Option. Wir gucken ja immer zum Beispiel im Board for Trading live dann da drauf, wie soll die Bewegungsgrößen sein können, die Bewegungsverläufe sein können. Und das war eben ein Szenario. Noch nicht vom Tisch ist natürlich auch, dass diese Korrektur hier noch so ein bisschen fortsetzt und anschließend dann nochmal nach oben gesetzt wird. Aber so richtig toll ist das, was wir hier jetzt nach oben haben, irgendwie noch nicht so richtig. Aber lassen wir das mal so im Raum stehen. Gucken wir mal, ob das vielleicht dann doch noch was Spannendes wird. Wir haben uns den S&P 500 ein bisschen genauer angeguckt. Wer das sich genau mal nachvollziehen will, der sollte beim Trade des Tages sich kurz anmelden. Denn dann habt ihr da die Informationen natürlich auch und könnt idealerweise da unsere Ein- und Ausstiegsmarken dann mitverfolgen, wie wir mit so einer Situation entsprechend umgehen. So, das war es von meiner Seite. Für diesen Moment euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.